Für mich macht den ZDK als guten Arbeitgeber aus, dass es ein gutes Miteinander ist und immer in der Sache positiv laufen muss und einen Mehrwert produziert. Was mir hier am besten gefällt, ist die Abwechslung, also die verschiedenen Themen, die im Verband bearbeitet werden und auch in unserer Abteilung. Ich erlebe den ZDK als offenen und modernen Arbeitgeber, der auf seine Mitarbeiter und auch auf seine Mitglieder eingeht und überlegt, wie man besser werden kann. Wir arbeiten eben auch themenübergreifend sehr vernetzt miteinander, sodass man immer wieder auch in neue Themen reinschnuppern kann. Ich habe mich beim ZDK beworben aus zwei Gründen. Zum einen die frühzeitige Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und die Möglichkeit im Kfz-Bereich tätig zu sein. Ich arbeite gerne beim ZDK, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und massiv mitgestalten kann und nicht nur heute, sondern auch für die nächsten Jahre. Weil die Arbeit sehr abwechslungsreich ist und ich in vielen Bereichen neue Einblicke gewinne. Weil ich einfach sehr eigenständig und kreativ arbeiten kann. Die Arbeit bei einem Verband ist in kleinster Weise langweilig. Man hat sehr, sehr vielseitige Aufgaben und insbesondere auch sehr, sehr viele Leute und Betriebe, mit denen man zu tun hat. Ich persönlich habe beim ZDK gelernt, dass man die Welt nicht in einem Tag verändert, aber wenn man kontinuierlich dabei bleibt, geht stetig voran. Untertitelung des ZDK, 2020